Halleschön, Leute, und willkommen zu Super Mario 3D World. Im letzten Part haben wir die dritte Welt abgeschlossen und wasch da los? Und haben die vierte Welt angefangen und machen jetzt 4A. Oh, mein Gehen. Karumpelbande. Achso. Ha, der ist gestorben. Ihr müsst den Hut wegheben, das ist ja schon klar, oder? So. Ah, genau. Nee, 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 nee. Ich biete immer noch den Wii-Controller an. Nein, danke. Und du bist redefaule? Ich habe hier immer welche Redefaule. Gar nicht. Was sagt der Let's Player, der seit zwei oder drei Jahren schon Let's Play hat? Drei. Natürlich, ich bin so viel Abonnenten. Mir sind Abonnenten sowas schon scheißegal. Ich glaub's mir. Wer nach Abonnenten guckt, ist für mich arm. Arm! Oh, Timing-Level. Ich muss aufbauen, ne? Ha? Arm will trotzdem aber anerkannt werden. Das ist ein Abton-Dringer, um in den Zeltzug zu gucken. Oh! Ich wusste, dass sie darauf reinfallen. Lässt du meinen Klon los? Nein, die dreißen Wette sind tot. Ähm, ja, ich müsste jetzt erstmal so... Ey, warte! Und wieder einer weg! Und wieder einer weg! Muff! 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 Bei mir ist das nicht Abonnenten, aber mir ist das er. Jetzt bleibt er stehen, so. Au! Das, das Stern, Stern! Voll getimed, voll geplant. Da ist ein Pixel, Luigi. Oh, oh! Ja! Juhu! Screw you! Nein, nein! Behalt zwei Klone! Behalt zwei Klone! Hui! Wer weiß denn das? Weil wir da oben vier Leute brauchen. Okay, ich hab zwei Klone, von daher mach das nicht. Was weiß denn, wenn man keine Klone hat? Ja, dann musst du vier Spieler haben. Ich trage euch beide, ne? Ich trage den André. Sehen wir jetzt nicht. Dum, dum. Warum ist er dich in die Bubble gegangen? Du musst es machen. Du musst das Level machen. Der Stille-Dennis muss das Level schaffen. Er ist still. Da, da musst du jetzt aufpassen. Da musst du jetzt rutschen. Achso! Einfach mal so. Das ist eine Röhre. Da sollte er jetzt lieber nicht reingehen, da... Er hat keine Leben mehr. Warum soll ich denn dann nicht reingehen? Ist zwar ein Stern drin, aber trotzdem. Dreh, äh, geh doch mal... Guck mal drüber. Guck mal mehr. Guck mal drüber. Hört aus, es wechselt sich immer noch. Eins, zwei, drei. Jetzt! Jetzt hörst du meine... Du kannst auf der Seite bleiben. Nicht. Wuhu! Es geht... Du hast schon den Wii U-Pro-Controller. Mew! Das zweite Game Over. Ja, und? Wir müssen... Wir sind keine Hoch-Pros. Doch, wir sind Pros. Ja, genau. So was mit dem Gamepad machen ist sehr schlau. Dann gib mir mal den Scheiß-Controller da. Den musst du dann nur einstecken in die Wii-Fermidino. Mann, 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 Mann. Tschüss! Du wirst genau, wenn ich zu weit weg bin, kommst du noch ab. Du, 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 du. Das hat sich selbst steuern wie wir beide auch. Was ist denn denn da? R und L. Das sind nur Münzen. Trotzdem, Münzen sind Punkte. Interessiert mich nicht. Oh, ich bin noch da. Mario! Oh, ich bin noch da. Fickstabbing am Arsch. Was wollen wir mit dem Stand? Jawohl! Punkte! So. Eins, zwei, drei. Oh, hast dein Klon verloren. Wuhu! Vier Marius? Warum? Warum sind so viele Mar... Warte, warte, warte. Lass dich doch erstmal eine Reihe bilden. Ich hab vier Marius, du hast keine Chance. Also warte dann nicht direkt losrennen. Go! Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Mario! Was tut dir? Wieso gehst du in eine Wache? Weil es so was hinten war. Nur bei Tamm! Oh. Warum hier war alle weiß? Weil das ist nur bei Tamm. Das ist weil wir jetzt unverwundbar sind. Hä? Wir sind unverwundbar. Ja. Unendlich, bis du... Unendlich, bis das Level geschafft ist. Oder du runterfällst irgendwo. Halt, ich will Klone haben. Ist sehr schlau von dir. Muss ich schon sagen. Guck mal. Ach, du bist so schlau. Ach, super. Wir haben sogar den Stern vergessen. Ach, 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 ach. Hoi. Jo. Geh weg! Was ist denn los? Jetzt soll du fliegen müssen. Wir sind die Noob-Tanookis. Scheiß drauf. Ne, du bist ein Fuchs. Dammit. I forgot it. Das ist knapp. Aber... Who cares about the crown? Ja, ja. Geh fair! Was ist denn? Das war jetzt Spaß. So, jetzt sollen die andere... In Welt 4-4. Ich darf trotzdem jedes Level machen. Wir brauchen übrigens... Nein, das hast du nicht. Ah! Scheiße, das ist ganz ganz low. Natürlich. Dum, 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 dum. Dum, dum, dum. Nein, mein Tanooki. Thank you, thank you. Ha? Nein, nein, jetzt würde ich nicht mehr. Halt! Aua. Was denn? Item. Hier ist kein Item drin. Was steht da los? Stimmt. Du, 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 du. Ja, schön, dass ihr auch Münzen sammelt. Hey, hier war mir! Gut, dann nehme ich das Video. Ich glaube's einfacher, ich kann es wirklich hier. Ah, hier ist ein Stern, hier ist ein Stern. gut so erster stern schon mal ja genau die 2.000 punkte hier müssen wir genau timen wir müssen den richtigen nein ich töte noch nicht töten dritter wo ist denn der 2. who cares was wohl da ist hilfe stempel ach du hast eine krone verloren dennis was ist da los ach so nichts einfach nur sterben keine sterne zwei stück und ein stempel so das geht offensichtlich an mich ich habe drei stelle zwei sterne und stempel 12.000 schon mal rätselhaus zehn sterne rein da rein da genau und spring dran vorbei ja du scheiße 10 sterne in einer wäre rätselbox warum drückst du immer was ich dachte ja es liegt daran dass die belegung falsch gemacht hat ne haben sie nicht ach du scheiße das ist nintendo belegung die haben immer nur jeweils zehn sekunden noch ja dankeschön auf wen auch immer ich jetzt grad gesprungen ist den schmeiß ich jetzt gleich runter ich bring diese person oh mein oh mein ja warum stirbst du und stay dat to die лаг mein Nein! Er springt! Ja! Oh! Das war knapp! Ja und ich spring natürlich immer auf die Goombas, genau. Hä? Und der springt! Der stirbt ja auch noch fröhlich. Oh my gosh! Genau, mach doch mal nichts! Komm nicht aus deiner Bubble raus! Ja, ich will nicht kaputt gehen! Das sagen sie dann alle. Hoi! Hoi! Jo! Jawoll! Wuhu! Alle 10 Sterne! Sweet! Sweet! Okay! Es gibt immer eine! Nächstes Mal! Alle 12! 76 76 Ich brauche glaube ich noch 100 Sterne oder so für den letzten Bowser. Ich muss extra Sterne sammeln! Ja! Ich brauche aus, warum ich so hinterher nachdem bin! Ich habe Gründe! Ja! Geh doch in die Bubble! Ja! Legitim! Au! Ähm! Ich bin Kätzchenwein! Ich bin Kätzchenwein! Leg mich doch! Mann! Ich bin Kätzchen! Ich bin Kätzchen! Hilfe! No! Und dir geht's voll rein! Ey! Ey! Ich bin Kätzchenwein! Ich bin Kätzchenwein! Ich bin Kätzchenwein! Du blöder Penner! Swin! 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 Wir haben wieder nur zwei Leben! Wer stört hier so oft? Ja, ja! Wow! Kille lieber in die Bubble oder so! Hahahaha! Bubble auf Doom! Haha! Danke fürs Warten oder so, ne? Sammelt! Uah! Nein! Ich sammle gar nichts! Oh nein! Oh nein! Ich glaube, um hier hochzukommen, brauchen wir einen Kätzchen! No! Da wäre ein Stern rum gewesen! Ach! Schon wieder Game Over! Immer dieser Luigi! Lass mich! Lass mich! Ich bin dieser Bar, ey! Ich fäng von dir ab! Ja, Mann! Verkack ich's nicht! No! No! Ich fäng! Jump! Hier ist jetzt das Timing angefragt! Ist der kleiner Tod oder? Ja, ist ein kleiner Tod! Ja, ist ein kleiner Tod! Oh, ey! Oh! Oh! Stürzt! Oh! Das wird noch mal machen! Ich bin noch nie ein Mario Zocker gewesen, das ist auch mein zweites Mario Projekt. Hast du nicht Sunshine dazu? Nö, dann soll ich das nicht gemacht haben. Du Sau, du! Nächstes Mal weißt du mich vor, dann unterbrechen... Ich stehe auch, genau. Das wird man Katzenglotzen wieder haben. Du vergisst hier immer den Stern, kann das sein? Hör mal! Genau, geht der selben Weg wie ich, ja! Töte dich doch nicht, es gibt Punkte, wenn alle Aufrufezeichen da sind. Jetzt hast du nur zwei... Vergiss es. Vergiss es. Ah! Ich werde hier sabotiert. Uff. Ich mache jetzt hier Speedrun. Nein! Ich war der einzige Gast. Du verdammt dich, ich versprue so weit mehr. Ja, ich mache jetzt wieder Speedrun. Schon zu langsam. Schon zu langsam, verdammt. Speedrun die Neid. Junge! Sabotier mich nicht. Sammle die doch ein, du Feuerhorn! Das ist jetzt Minecraft. Ja, das verlierst du jetzt sowieso wieder. Kletter hier hoch. Hier hochklettern. Du kannst es tun. Du kannst es tun. Du kannst es tun. Hallo! Achso, er geht in die Bubble, der Kleine! Stern! Hoi! Hoi! Ja! Oh! Ja! Darf da nicht wahr sein? Guck davon! Spaghetti-Fresser! Sag der richtige Italiener. Das war genau so ein italienischer Klempfner wie Mario. Oh! Nö! 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 Doch, Luigi hat es gemacht! Nein! Ich muss die Aufnahme löschen! Die ist sowieso jetzt vorbei, der Part. Ja, drei! 300 Punkte! Ich krieg! Boah, bis Punkt, Punkt! Du merkst, dass der ist dich verarscht. Also, ich würde sagen, das war's mal wieder mit diesem Part. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!